Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft ja es hat ziemlich lange gedauert bis endlich mal wieder eine Minecraft Folge kommt da ja weil ich zur Zeit ja noch ein anderes Projekt mach Medal of Honor und das da hatte ich eigentlich zur Zeit auch gar keine Lust auf Minecraft aber ich wage mich heute mal wieder und ja los geht's hier unser Garten nur durch den Hinterengang man weiß nicht ob um die Ecke ein Creeper ist sagen wir später immer noch Holz guck mal gleich mal nach die an Tatsache hier ist noch eins gewesen so ein Lump schön schwert aus mir man weiß nie so ja Entschuldigung noch für mein Schnupfen ihr wisst ja krank um ja wie viel Holz haben eigentlich näher zu der Sorge sich das hier Schnee rüber kommt Schnee hat sich also beziehungsweise Eis unser gutes altes ich hab schon so lang nicht mehr gezockt was wollte man denn machen ja genau wir wollten jetzt wir wollten jetzt ähm Zäune machen und daraus ähm einen Hundestall für die Hunde basteln ja ich kenne jetzt mal ja genau das meint ja ist klar hier das ist ja jetzt muss ich den Creeper mit der Hand killen sehr originell sehr originell aber noch nie gemacht Hä h habe ich auch noch nie erlebt ein Creeper mit der Hand killen hm ziemlich lustig so wir machen was geht mal weg wow wow's ich versuch Onkel Pati muss jetzt hier euer Haus bauen ja genau dann nicht der kommt weg falls er dann holz schade um das holz der baum gefällt mir aber Regeln sind so regel da kommt ich hier hier ist auch noch ein baum so dann rupen wir den owner weg immer schön auf Krieg aufpassen man weiß nie wo sie sind und dort kommen auch ich will noch ein bisschen Dreck müssen wir eigentlich genügend haben wenn man noch ein Stecknet immer schön aufpassen immer noch die Setzlinge wie schon einmal erwähnt in Part 1 oder keine Ahnung mehr sind für mich setzliche äußerst Setzlinge Setzlinge äußerst wichtig um so ein Wald fortzuführen wie hoch machen wir das ja noch zwei es wird halt ziemlich nervig werden so und zwar habe ich vor genauso wie bei diesen Stangen Prinzip also wenn ich äh ich möchte hier so eine hohe ähm ja wie könnte ich das nennen ich möchte hier äh einfach ne hohe Mauer hin klatschen ich weiß dass sie jetzt am Anfang noch ziemlich gewöhnung äh gewöhnungsbedürftig aus super schon wieder leer blubb so machen wir eine kleine Mini Treppe ja ja das gefällt euch hier drinnen so dann nimmert das Holz was wir hier zusammenbekommen haben wir müssen auch wieder ins Deck bringen ja auch knapp oh mal 7 so das bringt uns auch wieder nur 8 finde ich meiner Meinung nach zu wenig noch mal 7 so zack ja ok einmal geht noch so das sollte reichen ach das so gut mal wieder Minecraft zu spielen ja das wirklich mal wieder gut warum ist das offen unser Weizen ist auch schon wieder fertig können auch gleich mitnehmen und je mehr Weizen wir anbauen und je mehr Weizen wir auch wieder ähm nehmen desto mehr Samen kommen ja ganz simpel dann geht's hier weiter dann geht's hier weiter ich lass ja doch das brauchen wir jetzt zu hoch so wo wir hier kurz zack ging perfekt auf zack so ja das wird doch richtig schön jetzt gehen wir mal Holz hacken weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust immer und immer und immer und immer wieder ähm nachzufüllen nachzufüllen ich werde es ab sofort mal so machen ich werde mal oh ich werde mal Holz suchen gehen auch wenn ich nicht aufnehme also wundert euch nicht wenn ich auf einmal so wenn euch auf einmal so denkt äh der Partie warum hat er auf einmal 64 unverarbeitetes Holz das liegt daran dass ich äh hier dann äh ja abholzeln eben gehe ohne aufzunehmen weil sonst äh wird es zu langweilig wenn ihr euch äh ich mach's jetzt zwar jetzt noch aber das nächste Mal mach ich's nicht mehr äh das wird dann boah hab ich mich erschrocken scheiß Kuh ähm das wird sich das viel zu langweilig ja Bertha stimmt meiner Meinung nach bist du die coolste hier nicht hier dafür Nick was Bertha hält man wieder gut drauf ja Entschuldigung ach ja die Bertha man könnte meinen die Tiere verstehen mich während ein Let's Play ach ja herrlich ja freunde 1.7 steht vor der Tür was heißt vor der Tür es kommt wahrscheinlich noch diesen Monat raus also in Juli ähm und es kommt äh Bolzen dazu das heißt äh man kann jetzt ähm Blöcke verschieben und ja angeblich von Kumpel von mir äh Kumpel von mir hat gesagt dass auch neue Mops hinzugefügt werden sollen ähm und ja ich lasse mich einfach überraschen es soll auch so ein Adventure ähm Modus geben wo es dann ähm wo man dann keine Blöcke abbonkern aber ähm halt wie in World of Warcraft so äh RPG mäßig was machen kann finde ich persönlich eigentlich ziemlich nutzlos weil wer braucht das schon da kocht man sich einfach Welt of Warcraft so gut ist auch wenn man davon äh süchtig wird hm so tun wir schon mal hier ausbauen so sieht ihr das wie das hier wird so will ich so meint sich das und so geht es dann runter sonst es könnte noch ein bisschen dauern zack und zack und zack und zack und zack so perfekt dann können wir das ja auch abbauen Bromone Holz natürlich nicht ich brauche einfach nur genüge so ich muss mich mal zu bauen ich möchte eine Tür dann hin machen machen uns jetzt mal gescheit viele ähm Sticks und ja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zack 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 und 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 zehn reichen nicht schade so 18 Stück müssten reichen aber es wird dunkel das heißt gute Nacht in voller Pracht wie du das gemacht mit dieser Pracht ha so das war mal kurzer schlechter Reim von mir ich kann ehrlich gesagt gar nicht reimen aber ich kann schleimen ha 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 okay der war recht gut dieser Reim so zack 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 jetzt ist das ein Weg so jetzt ist überhaupt alles im Weg tut mir leid guter Baum das muss sein den Hundis wird langweilig äh jetzt kommt so zack zack ne hab ich mir erschrocken so wir werden hier äh wie ich glaub das war im letzten Part hab ich doch mal gesagt na so dass wir ähm hier einen Wasserfall runterlaufen lassen so wie hier ungefähr nur halt epischer ja und das werden wir auf jeden Fall machen so zack 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 b b m ja ok wird kann uns gern ein Brot machen da da das gute alte Brot so ach wir haben gerade mit zwölf Minuten das ist ja wie Weihnachten 18 das dürfte ein Stack bringen sogar mehr als das hier ich bin sogar schon überlegen ob ich um Musik dabei abspielen weil dann wird mir ebenso nicht langweilig so und wieder zwei übrig äh so na platztische Planschtische rum so was weiterplanschen ich hab's extra für dich gebaut äh ne Spaß so zack zack so und weiter geht's 1 2 3 4 5 6 7 8 19 19 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 machen wir mal das dann wird sozusagen eins übrig es kann ja sein dass ich mich verzählt habe und dann kann es doch zu viel sein so ja eins doch noch übrig als ob ich perfekt gezählt mit ich glaub das unsere lasse ich das äh tausche ich halt bloß mit äh cobblestone oder so dann spare ich mir jeglichen Schmarrn das machen wir auch so so machen wir uns noch wie viel Zäune da machen wir uns mal ja sind wir nicht so geizig äh äh so 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 achten nach weiß jetzt hat schau mal da mal ob das reicht da hab ich mir jetzt erschrocken hab schon gedacht da ist irgendwo ein creeper man weiß nie wann diese grünen Schleimviecher auftauchen so ähm 1 2 3 das reicht doch nicht 6.3 hätte man noch gebraucht und die machen wir uns jetzt so da bleibt uns noch einer übrig auch nicht schlimm naja und dies so perfekt na gefällt es euch hier drin nein Patrick wir wollen es größer ja vielleicht wird es größer ausbauen mal schauen ähm ihr kriegt auf jeden Fall noch ein ja das machen wir alles nach der Zeit alles nach der Zeit so nochmal hierzu so da haben wir uns mal wieder ein bisschen Sand dann können wir schon mal anfangen ein bisschen mit ähm äh Wasserfall den ich von Balkon runter machen will aber natürlich haben wir es nicht ich hätte mir mal achten das nächste Mal ich hätte mir irgendwann mal wieder neue neue Ausrüstung machen müssen hm 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 ja ach Gott ja oh das kommt hier was er durchtascha ist drauf doch auch nicht schlecht aus doch das sieht schlecht aus weg dann hinten genauso wie hier so kann ich das nicht nehmen dass unsere Sandsstätte da holen wir uns immer unser Eisen, äh, Eisen. Unser Sand. Okay. So. Zack. Das sollte, müsste, wird auf jeden Fall reichen. Sonst werden wir uns noch ein bisschen erbleichen. Ich sollte das aufhören mit den Reimen. Ja, ich hab wirklich aufhören. Was machst denn du hier? Gib mir all dein Fell! Ah, das sind ja mehrere. Ja genau, geht rein, geht rein, bleibt das drin. Nicht Spaß, ihr werdet natürlich gegrillt. Okay. Fass. Brav, brav. Tut mir leid, Hildegard. Regeln sind Regeln. Hier, in diesem Bereich darf keiner rein. Okay. Und jetzt geh du ein bisschen planschen. So, brav. Äh, so. Ah, ich hab ja noch Sand da gehabt. Oh mein Gott. So. Ähm, was haben wir denn hier sonst noch drin? Nichts. Wie steht's mit der Sonne? Geht auch bald wieder runter. Ja. So. Hm, was könnte mir hier reinbringen? Ich find's hier... Stimmt. Daran hab ich ja auch noch gar nicht gedacht. Und zwar... Es ist ja möglich... Das mal... Es ist möglich, dass man Minecraft... Bilder machen kann. Ja, und das machen wir uns gleich mal. Indem wir... Hier außen rum... Das hinmachen und hier, ähm... Ja, und dann halt einfach, ähm... Ja, aus... Äh, innen drin halt. Ja, wollen wir rein tun. So, wo machen wir ins Rhein? So. Machen wir hier ins Rhein. Passt das, nee. Ich möchte Großes. Nein, kein kleines. Nein, kein... Nein. 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 Nö. Nein. 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 So. Jetzt dachte ich's beim nächsten Mal. Perfekt. Hat auf einmal gepasst. So. So haben wir mal die ganzen Sachen wieder einladen. Auch wenn's voll ist. Eisenhammer. Das kann man auch gleich schmelzen. Ähm... Ja. Oh, Redstone. Das haben wir ja auch. Stimmt. Sehr schön. Das tun wir gleich. TNT Meier. Hehehe. Nicht Spaß. Mach mal jetzt nicht. Ähm... Das benutzen wir das nächste Mal. Falls... Falls. Ja, falls. Noch nichts denken. Falls in die Höhle gehen. Wenn ich das TNT mitnehmen. Da könnt ihr euch schon denken, was ich dann mache. Hehehe. Nichts Schlimmes. Nur ein bisschen Silvester nachfeiern. Ne? Pff. So. Geh mal hier schön hoch. Ach ja, falls die, die jetzt erst einschalten und mein Let's Play erst jetzt sehen. In dieser Folge. Das hier wird das Badezimmer, ne? Also. Das hier wird das Wohnzimmer. Und das wird schon wieder dunkel. Meier, 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 meier. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, kann man doch gleich schon mal das Ding setzen. So. Perfect. Und wenn man dann mal, falls es überhaupt mal passieren sollte, wenn man dann mal in der Hölle sind, also Nether, dann werden wir hier in jedem Eck Kloster umhintun. So. Gehen wir erst mal wieder schlafen. So. Zack. Sehr schön. Keine ungebetenen Gäste. Dann können wir ja eigentlich das jetzt machen. Misstrauisch schau. Können, ja. Kein Creep an sich. Nö. Sehr schön. Dann können... Ach, Mist. Wir haben ja nichts mehr von Werkzeugtechnisch her. Wenn wir mal annehmen. Wir hätten kein Werkzeug mehr. Und wir werden gefangen. In der Höhle, wo es dunkel ist. Ja. Was würde dann passieren? Wir müssen uns natürlich hochgraben. Aber das wäre ja nicht möglich. Weil. Wir ja kein Werkzeug mehr haben. Genau. Deswegen hat die Studie von Patilabi bewiesen, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, immer und immer wieder Werkzeug nachzumachen. Auch wenn es zu viel ist. Machen wir mal zwei Schaufeln. Und, ja, ein Schwert auf jeden Fall. Äh, ja, und noch... Äh, ja, und noch... Äh, das heißt, wir machen noch mal eine Schaufel. Und dann noch einen Stock. Das heißt dann, noch mal ein Schwert. So, perfekt. So. Äh, da. Äh, ja. Dann tun wir hier wieder die Setzlinge hin. Ja, so. Jetzt sind wir wieder gut bei Kasse. Dann gehen wir hoch und bauen weiter. So. Ja, so passt schon. So. Ja, und hier, äh, ich kann's ja schon mal vorzeigen. Und hier wird dann, ähm, Wasser runterlaufen. Ja, so. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das wird dann richtig geil ausschauen. Ich hab... Weiß jetzt nur noch nicht, ob ich's jetzt gerade runterfließen lasse oder auch hier und da. Und wenn's jetzt da wär, dann... Das ist auch nicht so tragisch. Doch, es wär tragisch. Ein bisschen. Das werden wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Irgendwie kriegt man das schon hin. So. 24 Minuten und, ja, sind nur 30 Sekunden. Ja, passt schon. So. So. Ah, das Glas wächst ja ziemlich schnell. Das heißt wachsen. Ja, es wird ziemlich schnell zu Glas. Das ist ja wirklich wie Weihnachten. So. Nice. Nice hat Eisert. Ja, es muss dann nur noch irgendwie hochkommen. Um da... Strömung sozusagen hinzubauen. Apropos, ich werde hier kein Dach bauen. Ich werde hier auf jeden Fall so ein flaches Dach lassen. Und um Zombie-Schutzgefahr sozusagen zu haben, mache ich hier, äh, ja, ein sogenannte Helligkeitsschutzsinn, dass hier keine Skelette und so ein Schmarrer in der Nacht spawnen. Ich mache das hier bloß am Anfang so, sieht zwar ziemlich schade aus, aber naja, was will man machen? Am Anfang sieht alles immer ziemlich schade aus. So. Das müssen wir ziemlich oft laufen. Ich lasse mal die Tür offen. Okay. Klub. Jetzt müssen wir ziemlich lange laufen, ja. Normalerweise wäre ich jetzt schon fast wieder unten. So, als kann man es halt... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Das war jetzt ein fataler Fehler. Oh, yeah! Praktik. Ja, okay, das müssen wir leider so lassen. so hat es läuft hier runter also kannst du das hier ist oder ja ich hoffe mal ja dann kann man das hier wieder zumachen ich hoffe mal dass es wirklich so klappt wie ich das will nicht dass sie alles überflutet wird möglich sein könnte nochmal schauen er schaut schon gut aus je Bombe wurde gelegt ja passt perfekt super das klappt wie schnitzel es stellt sich nur die frage wenn ich dann später das ding wieder weg macht also die holzdinger hier ob dann auch die strömung so bleibt wie sie gerade ist immer wieder nachschauen falls irgendwas schief geht nein nicht schiefgegangen jetzt kann man das auch als aufzug so zu sagen benutzen ziemlich geil und nein zombies können sich daran nicht dran machen das ist absolut zombies sicher das macht ein zombie da oben nicht spaß aber es könnte man möglich sein dass echt zum mission spawnen die hüpfen ja dann nur hier oben rum mehr ist das ja nicht das ist ja nicht so schlimm ne wenn ein creeper da oben so rum springt so auf einmal auf der terrasse ja ach nee warum gehe ich immer den Weg das ist Spießer Weg wir nehmen den Duke Nakham Weg hier ne so vielleicht er kommt man ihm auch den Weg hier wieder hoch könnt zwar länger dauern das weiß jetzt das hilft nicht schade ich habe mir gerade schon gedacht warum geht das so schnell hoch so jetzt haben wir die 28 minuten erreicht und 30 minuten nehme ich minimum immer auf das heißt ich weiß nicht ob ich das jetzt fertig bringen wo alter warum ist hier immer eis das sieht so schade aus koche partie geheilig ja jetzt sind es 29 minuten so jetzt kommt so kommt schon und ich schaffe mal noch wo ist die sonne das hat man eigentlich auch gleich sehen die spielt auch mit sehr schön 3 3 ok zack ha scheiße das ist nicht schön so ja dann müssen wir es hier ne ja so geht's komm schon 29 minuten 45 sekunden ja jetzt muss ich leider unterbrechen leider leider ja eins hat uns noch gefehlt leute tut mir ehrlich gesagt leid aber wie das hier weiter geht das werdet ihr wieder mal beim nächsten mal sehen also ich verabschiede mich ähm abonniert mich gibt daumen hoch und ja bertha ähm schweini und 3 bis auf kies und die hildegard die leider nicht gerade da ist verabschieden sich und wir sehen uns das nächste mal wenn es nicht heißt let's play minecraft ciao leute